Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute kam ich zu Ihnen mit einem sehr leckeren Rezept. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Ich bekomme 1,5 Tassen warme Milch in einem geeigneten Knetbehälter. Ich füge sofort zwei Esslöffel Zucker und eine Packung Trockenhefe hinzu. Wir kümmern uns um die Milch, um wärmer zu sein als der Teig. Nach der Hefepflanzen, mischen wir uns, bis der Zucker, die Milch und die Hefe schön sind. Übrigens können Sie mir Unterstützung als Abonnent an meinen Kanal geben, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht vergessen werden, den Klingelton sofort von schönen Rezepten zu informieren. Nach dem Mischen bis zu Jeteri habe ich es in den Teigbehälter gelegt. Ihr sofort fügen eine Tasse flüssiges Öl darauf nach dem Einsetzen in die Schüssel. Ich habe insgesamt 4,5 Tassen verwendet. Ihr wird die Hälfte an erster Stelle hinzufügen. Nachdem ich die Hälfte der Gebärmutter hinzugefügt habe, füge ich 1 Teelöffel Salz hinzu. Dann werde ich weiter mit Spatel mischen, bis ich den Spatel halte. Ich habe total da 4,5 Tassen verwendet. Ohne ihn kann je nach Qualität und Marke variieren. Also lasst uns unser Mehl allmählich mischen, indem wir es zu einem weichen Konsistentsteig hinzufügen. Kochen wir den Teig für eine Weile in den Behälter. 4 Montfort Onlente ist das dünne Ende unserer Info. Yes! Ich bin nicht mehr verwirrt, bis ich mit dem Spatel gelöst bin. Maxi à la Bouquet's Zobocleé begann. Zu reparieren, indem es wieder... Ich bin auf dem Tisch der Leonel und Zellstoff. I wird das Kneten fortsetzen, bis ich die ganze Sonne vermisse. Wie schön wir den Teig kneten, bekommen wir so schöne Ergebnisse. I weiterhin meinen Teig in einer Weise zu kneten. Ich mache es zum Ball nach dem Kneten bis zur Jeterie. I erhalten Ausknetbehälter und schließen es mit einem Stretch-Film auf ihm. Ich lasse etwa 45 Minuten Ruhe. Herstellungsprozess ist wirklich wichtig. Kann nicht so viel wie wir wollen, wenn es nicht ist. Ich hielt bis etwa 20 Minuten im Ofen von 50 Grad, um schneller schwimmen zu können. Es war sehr schön rau, wie Sie sehen. Fangen wir an, zuerst die Luft unseres Deigs zu bekommen. Lassen Sie uns auf diese Weise weiter kneten, um Luft in zu bleiben. Lass uns den Teig genug kneten. I M will es wieder zu einem Ball nach dem Auftrennen. I trennt dann die unangenehmen Teile. Sie können die Größe des Tuchs so anpassen, wie Sie möchten. Sie können die kleinere oder größere Teileform einstellen, wenn Sie in sind. Die Größe ist nie wichtig. Ich mache es glatt, indem ich in meiner Hand sofort nach der Trennung der Finger. Dieser Prozess ist sehr wichtig. Ansonsten mögen wir nicht so sein, wie wir wollen. Ihre Informationen zu diesem Thema sind sehr froh, wenn Sie mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie meine lieben Anhänger aus der ganzen Zeit zu Kommentaren wie jede Blume, Book oder Emoji inzwischen die Liste der Materialien zu erklären. Sie können auch die Materialiste anzeigen. Ich bereitete alle meine Blicke. Wie Sie sehen können, wachsen meine Bienen leicht, indem ich Hilfe von flüssigem Öl. Mit nicht zu viel Öffnung bereite ich die Blicke auf. Diese Weise vor und lege sie horizontal in das Tablett. In der Zwischenzeit habe ich Ölpapier auf dem Tablett gesprengt. Sie dürfen keine Ölpapiere verwenden, wenn Sie möchten. Sie können nur im Öl einnehmen. Wir werden alle unsere Produkte auf die gleiche Weise vorbereiten. Es ist ganz einfach zu machen, wie Sie sehen können. Ein sehr einfaches Rezept der Pokas. Sie können dieses Rezept mit Ruhe des Geistes zu 5 Teestunden konsumieren, wenn Sie Ihr Frühstück wollen. Ihr habt nichts drinnen verwendet. Sie können auch den inneren Mörtel verwenden, wenn Sie möchten. Ich komme sofort zu meinem Tablett, indem ich meine Kleidung in einer Serie geradlinig mache. Denken Sie daran, den Schlüssel zu drucken, wenn Sie mein Rezept mögen. Denken Sie daran, mit Ihren Freunden zu teilen, die Sie sehen möchten. Ich habe alles vorbereitet. Ich will, dass du dich nahe zeigst. Im geht vom oberen Ende des Bezenins. Das wird einen Blick auf Blumen werfen. I kombinieren alle Ihre Blicke, wie Sie von der Spitze gesehen haben. Verraten Sie nicht zu jeder Zeit, die Sie mögen. Wenn Sie haben, können Sie es für eine sehr lange Zeit ohne Kochen kochen. Aber ich ziehe es vor, das Recht aus dieser Seite zu bekommen, da ich denke, dass das Bild schöner ist. Schließen wir es mit einem sauberen Tuch, nachdem Sie es so ziehen. Wir warten auf Hefe im Tablett für 25-30 Minuten. Auch der Teig ist mit dem Prozess der Hefe im Tablett, wie wir zunächst grob sind. Es ist sehr wichtig. Es kann nicht weich sein, da wir unsere Pochards in der Axie. Ich habe mich geschlossen. I kaufte das Tuch über mich. Ich gehe ins Gelb eines Eis auf der Haut. Ich bestreue meinen Sesam sofort, nachdem ich das Allgelb genommen habe. Sie können auch den Stoß verwenden. Sie können gekochte Samen auf einfache Weise verwenden oder konsumieren. Kochen wir den Sesam bis 6 und oben mätchen im Ofen. Mit 200 Grad habe ich bereits nach dem Sprinkler gebissen. Ich koche nicht mehr meine Pochards. Girlat wie Granatapfel. Es war schön, dass nicht sichtbar ist. Sagen wir, dass die Kakerlacke nach dem Prütika mit dem Ganzen abkühlen. Ich will dich mitnehmen und dir die Textur näher zeigen. Rialtenvlies. Sehr lecker. Harika war ein Pogasa-Rezept. Ich empfehlen Ihnen dieses Rezept zu probieren. Sie können viele Rezepte bauen und in Ihrem Gefrierschrank speichern. Ich will dir die innere Textur zeigen. Kein Teig und Rakeln in der gleichen Weise wie Sie sehen. Sehr schön brieing. Ich glaube wirklich, es ist ein tolles Rezept. Sie erhalten jetzt Affinität für alle, die versuchen, mit der Sprache zu diskutieren in meinen nächsten Videos. Willkommen. Altjahr CMK